Hallo zusammen, der Kai von der Industriearena hier für Voice of CNC von der AMB. Wir sind gerade bei Mastercam auf dem Messestand und wir haben die Gelegenheit mit dem Herrn Stutter an meiner Seite über das neue Programm Mastercam 2025 neue Addons und neue Innovationen sprechen zu dürfen. Herr Studich, ich würde die Frage direkt an Sie richten. Was gibt es für Innovationen oder was beinhalten die neuen Addons bei dem neuen Programm? Ein absolutes Highlight ist für uns natürlich gerade im zweiten Bereich das automatisierte Entgraten. Für unsere Kunden, die sehr schnell hochautomatisiert Bauteile fertig kriegen müssen und das ist somit auch einmalig in der CAD-CAM-Welt, mit einem Klick ein komplettes Bauteil fix und fertig zu entgraten. Zeitersparnis ist hierbei die oberste Priorität, die wir da gesetzt haben. Da höre ich auf jeden Fall sehr viel kundenorientiertes Handeln raus, vor allem wenn es um das Thema Zeitersparnis geht. Kann man das auch über das andere Addons sagen, wenn es vor allem um Mill-Turn, um Drehen und Fräsen geht? Ja, bei Mill-Turn haben wir natürlich auch sehr viele Erweiterungen reingebracht. Gerade jetzt auch neu das Y-Drehen, das A-Achsen-Drehen, wo wir Sonderwerkzeuge wie zum Beispiel das Freeturn von Zeratizet oder die CoroPlus-Werkzeuge von Sandvik Coromont einsetzen können, um gerade die teure Maschinen effektiv ausnutzen zu können. Also Zeiteffizienz, Kosteneffizienz, ich höre sehr viele Vorteile auf jeden Fall raus. Also ein großer Fortschritt und wenn wir schon über Brancheninnovation und Fortschritt sprechen, KI ist ein großes Thema, was die Branche gerade etwas einnimmt und revolutioniert. Auch da habt ihr euch was überlegt. Was gibt es da für Innovationen? Ja, da bieten wir Lösungen an, die wir mit Mastercam kombinieren mit der Firma Cloud NC aus England. Das ist ein Automatisierungstool, die hochkomplexe Bauteile automatisiert bearbeiten, extreme hohe Zeitersparnis, um Bauteile komplett fertig zu bekommen. Eins der absoluten Highlights, ja. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen vielen, vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich habe rausgehört, dass viel Arbeit reingesteckt wurde, viel in die Kundenorientierung gesteckt wurde und dafür steht Mastercam. Danke, dass Sie sich kurz Zeit für uns genommen haben. Ja, ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch.